Ich habe eine große Bitte an dich. Ich brauche Testimonials. Ich brauche Texte von Deutschlernern wie dich, in denen du sagst, was dir an Authentic German Learning gefällt, was du durch Authentic German Learning gelernt hast, welche Fortschritte du gemacht hast, vielleicht auch, was deine Geschichte ist. Darüber würde ich mich sehr freuen. Also, wenn du ein Testimonial für mich schreiben könntest in den Kommentaren, dann wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Und ich werde diese Testimonials dann auf meiner Webseite veröffentlichen und entweder mit Namen oder ohne Namen und dann bist du auf meiner Webseite verewigt und kannst so auch andere Deutschlerner inspirieren und auch anderen Deutschlernern die Empfehlung geben, mehr von Authentic German Learning zu lernen. Ich werde es auf meiner Webseite, wie gesagt, veröffentlichen und dann sehen es die Leute, die die Webseite besuchen und die vielleicht noch nie von mir gehört haben. Und wenn du dann schreibst, wie sehr dir Authentic German Learning geholfen hat, dann werden sich diese Leute denken, ah, okay, dann scheint die Webseite ja sehr hilfreich zu sein, dann werde ich mal mehr schauen und so weiter. Also aus diesem Grund würde es mir sehr helfen, wenn du ein Testimonial schreiben könntest für mich. Ich werde dieses Testimonial veröffentlichen. Wenn du nicht möchtest, dass dein Name benutzt wird, wenn du nicht möchtest, dass dein Name benutzt wird, dann sag Bescheid, dann veröffentliche ich es ohne Namen, aber ansonsten mit Namen und so kannst du andere Deutschlerner inspirieren. Ich bedanke mich, das Ganze im Herzen im Voraus und wir sehen uns morgen. Tschüss. Danke, danke. Also danke. Vielen Dank.